Hey Leute, Willkommen zurück zu meinem Channel, Patricks Fuka Time. Ich würde sagen, lehnt euch mal alle zurück, schnappt euch eure Pfeifen, macht sie ready und dann geht's auch schon los. Bis zum nächsten Mal. Was ich heute für euch hier habe, ist der Smurf Daddy, kann man ein bisschen rangehen, so. Und zwar handelt es sich um einen Tabak, der Maracuja, Himbeere und Brombeere. Ehrlich gesagt, schmeckt der sogar ein bisschen cremig, meiner Meinung nach, so ein bisschen milchig, ja. Na gut, fackeln wir in die Schlange rum, ich würde sagen, machen wir mal den Geruchstest. Oh ja, Genie pur. Oh mein Gott, Alter. Nehmen wir einen Fruchtzwerge, wäre der perfekte Vergleichstof jetzt. Hatten Touch von Fruchtzwerge, verschiedenen Herden. Ja, schon ein crazy mix. Also du, kommt da noch so ein leichter Maracuja hinten dran. Okay, kommen wir zum Schnitt vom Tabak, Verarbeitung, Qualität, wie man von Holstern immer gewohnt ist. Schön feuchter Tabak, mittlerer Schnitt und wie immer hervorragend. Na gut, ich habe ihn schonmal hier gebaut, Kohle liegt drauf, Standard-Setup ist da, Pfannekopf, natürlich, schöne Smokebox, Kohle, meine Standard-Coco-Palm-Kohle, 27 mm. Ich denke mal, das Ding ist schon angebracht. Jesus, ja, ich habe die Kohle zu lang drauf gelassen. Smokebox ist heiß, Tabak ist gut dabei, kommen wir zum Geschmack. Geschmacklich muss ich ehrlich gestehen, das ist jetzt nicht jedermanns Sache. Der schmeckt halt, wie schon gesagt, etwas cremig, ganz leicht, aber nur so eine Note. Die Früchte sind alle mehr so im Hintergrund verloren gegangen. Meiner Meinung nach wegen der, wegen diesem Fruchtzwerge-Aroma einfach mal so. All in all, würde ich jetzt persönlich nicht noch einmal holen. Hast den da, jetzt so zu Hause, ist gut. Kannst mal komplett abwechslungsreich mal rauchen. Für den Preis von 17,90 Euro, hey Leute, Tabak-Egnung. Kommen wir mal kurz zum Aufhalten. Ihr seht es selbst. Top-Quali für die Kaup-Entwicklung. Megaschönes Globo. Ich kann mal, ich mache es nochmal vor euch ganz langsam. Sieht einfach absolut stark aus. Zu guter Letzt, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst dann einfach mal wieder ein Like oder auch ein Abo. Vielleicht auch den einen oder anderen Komi. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, würde ich sagen, aber schöne Buka-Time euch.